Kein unbeschriebenes Blatt ist der Ausstellungsraum für zeitgenössische Kunst und soziale Fragen After the Butcher in der Spitta-Straße im Berliner Kastelkiez, wenn es um Fragen zum Verhältnis von Kunst und Wissenschaft geht. Bei After the Butcher setzten Anfang Dezember 2019 Ines Schaber, Künstlerin und Autorin in Berlin und Los Angeles und Judith Raum, die Schöpferin der im dortigen Ausstellungsraum gezeigten Installation Gittertülle, ein Gespräch fort, dass sie seit einiger Zeit über die künstlerische Auseinandersetzung mit historischem Material und die dabei entstehende Spannung zwischen Dokumentation, Narration und Abstraktion führen. Das Gespräch fand in den Räumen von After the Butcher statt, zwischen Arbeiten von Ulu Braun und Judith Raum, die in einer Doppelausstellung gezeigt wurden. Judith Raum bespielte mit Stoffen und einem Video den Raum, während Ulu Braun großformatige, farbige Collagen zeigte. Judith Raum hat als Künstlerin mehrere Jahre zur Textilwerkstatt des Bauhauses geforscht und daraus Lecture-Performances und Installationen entwickelt, wie die bei After the Butcher gezeigte Arbeit Gittertülle, in der es um die am Bauhaus entworfenen Vorhangstoffe von 1933 geht, dem letzten Jahr der Institution und dem Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft. Warum Judith Raum nun gerade zu den Gebrauchsstoffen und dort besonders zu den Gittertüllen der Bauhaus Textilwerkstatt forschte, legte sie eingangs der Finissage dar. Vielleicht nochmal, jetzt wenn man nicht so viel über die Textilwerkstatt weiß, also was meine Anfangsentscheidung war, und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig zu betonen, über die Textilwerkstatt, und das ist auch immer auf den Covern drauf, zu den Publikationen, die es gibt, sind ja eigentlich die Teppiche und die Wandbehänge bekannt. Also es wurden ja in der Textilwerkstatt auch von einzelnen Weberinnen, Anja Albers kennen alle, Gunter Stössl kennen noch manche, Einzelwerke geschaffen, Unikate, und die werden auch über ihren Look sozusagen heute extrem verbreitet nach wie vor, und die sind bekannt und die sind auch ziemlich gut besprochen in Publikationen. Und zu den Gebrauchsstoffen, also Gebrauchsstoffe sind eben Folsterstoffe, um Möbel zu beziehen, Vorhangstoffe, Bodenbeläge wurden damals auch gemacht in der Textilwerkstatt, und ein großer Bereich war Wandspannstoffe, man hat noch ganz viele Stoffe für die Wand gemacht. Die werden in Publikationen auch behandelt, aber da wird nichts, irgendwie schien es mir so von außen, als ich mich angefangen habe zu beschäftigen, wurde gar nicht so viel Mühe aufgewendet, Zeit aufgewendet, die genau nachzuvollziehen, wie die Zusammenhänge sind. Aber zu diesen gewebten Stoffen war quasi nichts bekannt. Man hatte eigentlich nur ein Blatt aus einer Zeitschrift der Zeit, wo darüber berichtet wird, in der Kolumne, also in dem Bericht, dass das Bauhaus vorhat, gewebte Vorhangstoffe und Gittertülle zu produzieren. Aber es gab keinen Beweis, dass es passiert ist. Weil es gab relativ wenig, ich habe halt bloß so lange gegraben und noch einiges gefunden. Also es hätte, wenn ich jetzt nur die Quellen benutzt hätte, die ich im Bauhausarchiv Berlin und in der Stiftung Bessau kriege, hätte ich vielleicht noch dazu fiktionalisieren müssen. Aber dadurch, dass ich in so viele andere Archive in Holland und in den USA gegangen bin, habe ich sehr viel Material gefunden. Und allein dieses Material endlich zusammenzubringen, hat schon wunderbare, lange Erzählstränge ergeben. Die hat bloß bisher niemand erzählt. Diese Gittertülle, die ihr hier seht im Raum, die hat ja niemand mehr gekannt. Das ist ja das Schöne, dass ich die dann finden konnte im Zuge der Recherchen. Die lagen unerkannt im MoMA, in der Sammlung des MoMA, aber eben auch nicht digitalisiert. Also ich habe dann nach langen Suchbewegungen meine E-Mail ans MoMA geschrieben, ob sie denn ein bestimmtes Musterbuch hätten auf der Suche, nach dem ich bin. Und dann haben die mir geantwortet, tatsächlich haben sie ein Musterbuch gewebter Vorhangstoffe. Und das war dieser Missing Link, also dieses Musterbuch, das in allen gefehlt hat. Und dann sind diese, und die hatten die, und die haben auch davon gewusst. Nur sie haben nicht davon gewusst, was für eine Relevanz das hätte, wenn die deutsche Forschung davon wüsste. Also niemand hat hier davon gewusst. Sie kannten das in ihrem Haus. Aber dort hat es keine Rolle gespielt. Hat dort nicht so eine Rolle gespielt. Bei den Gittertüllen hat mich natürlich beschäftigt, wir kennen die ja vielleicht nur noch aus so Großmutters, Großvaters Wohnungen. Die sind ja irgendwie ausgestorben, aber das war ja Material. Also das Bauhaus hat damals eine Kollektion von Vorhangstoffen herausgebracht. Und diese Kollektion bestand einfach aus unterschiedlichen Typen. Und die hatten unterschiedliche Funktionen. Und die Weberinnen haben da damals auch sehr genau darüber geschrieben, haben eine ganze Theorie dazu entwickelt, über ihr Medium und eben auch über diese Typen von unterschiedlichen Stoffen. Und die sollten verschiedene Funktionen im Raum erfüllen. Also das erste sind die Gittertülle. Die sind sozusagen die lichtdurchlässigsten in einer Abstufung von lichtdurchlässig bis blickdicht. Dort gibt es unterschiedliche Dichtigkeiten. Und die Gittertülle sind die transparentesten oder transluzentesten. Und die waren gedacht dazu, wenn sie zugezogen sind vor dem Fenster, zugezogen zu sein während des Tages, um das Licht zu zerstreuen, wenn die Sonnenstrahlen einstrahlen. Also dass es nicht zu grell und blendend ist. Und auch diese Gittertülle, die wir jetzt hier auch sehen, sind eben früher in Deutschland produziert worden in den 20er, 30er Jahren. Die waren total in Mode. Und die Firmen, die die produzieren konnten, da braucht man ganz spezielle Maschinen dafür, sogenannte Bobinettstühle. Das ist keine Webtechnik, sondern eine maschenbildende Technik. Und die sind 11 Meter breit, also kolossale Maschinen. Und diese Gewebe kommen auch 11 Meter breit da raus. Und da gab es 80 Hersteller allein in Sachsen in den 20er Jahren. Und die sind alle weg. Da ist nichts mehr. In Deutschland gibt es das überhaupt nicht mehr. Es ist ausgestorben. Und in Schottland haben wir eben einen Hersteller gefunden, der eben auch zufällig noch dieses eine Produkt, was ein Bauhausgittertülle war, herstellt. Weil das ist sozusagen wie so ein Grundvokabular dessen, was die Maschine kann. Maschine kann als Grundvokabular dieses Gittermuster. Und damals hat man viel kompliziertere Muster gemacht. Und der Move vom Bauhaus war zu sagen, nee, Moment, wir gehen zurück auf das, was die Maschine ganz grundsätzlich kann. So ein cooles Muster aus Gittern. Also aus Quadraten. Und deswegen war das für, fand ich auch wirklich schön, das zurückbringen zu können nach Sachsen, nach Leipzig, was da einst weit verbreitet war. Das waren im Grunde die Stoffe, die hier im Raum sind, nur noch mehr. Und das war eine raumgreifende, große Installation, die war 4,50 Meter hoch. Also die Stoffe konnten sich sehr gewaltig entwickeln im Raum. Und man ist da durchgegangen. Und dann hatte man ein 25-minütiges Video. Also vier Kurzfilme hintereinander, wo man drei Stimmen von drei Weberinnen, Otti Berger kam zweimal zu Wort, dann sprechen hatte in Verbindung mit Bildern. Nach den in grandiose Tiefe gehenden Ausführungen von Judith Raum zur Textilwerkstatt im Bauhaus und den ausgestellten Gittertüllen und weiteren neu gewebten Bauhausstoffen für Judith Raums Projekt von der Leipziger Textildesignerin Katharina Jebsen neu gewebt, gab es von den Besuchern der Finissage viele Fragen nach der Annäherung an oder Abgrenzung von wissenschaftlichen Arbeitsweisen und nach der künstlerischen Form der Verarbeitung. Und wie mit diesem Thema weitermachen? Darüber verriet Judith Raum dann abschließend ihre Vorstellungen. Ich hatte eine große Frage, wie du damit weitermachst auch. Du hast ja sehr viel Information und sehr viel Material und auch ein großes Bedürfnis, darüber zu sprechen und das zu vermitteln. Also ob das schon die Form hat, die es für dich benötigt, irgendwie darüber zu sprechen, ein großes Buch sein. Also ich finde so vom Erleben her, was jetzt dieses Jahr passiert ist, muss ich sagen, finde ich fast die Lecture-Performance-Momente, die Auftritte am befriedigendsten, weil da glaube ich sich unheimlich viel vermittelt, wenn ich selber im Raum bin und auch noch dann mit Handlungen im Raum was manipuliere und gleichzeitig diese intensiven Fotos von den Stoffen dazukommen und mein interpretatorischer oder narrativer Text und dann danach. Aber die Zeit ist, dass man drüber redet. Und so, also die Leute, ich hatte auch zum Teil Stoffe dabei. Ich habe hier auch noch ein paar kleinere Stoffproben, die wir gerne angucken können, hier nach dem Gespräch. Also dann sind die Leute auch immer nach vorne gekommen und haben verschiedene Stoffe noch mit angeguckt. Und wir haben nochmal im Detail darüber gesprochen. Das waren sehr intensive Austausch-Momente. Hier ist so ein Otti-Berger-Stoff. Und das fand ich eigentlich sehr befriedigend. Aber das sind natürlich so flüchtige Momente, ein Abend, der kommt und geht. Also ich würde, das wissen ja auch einige im Raum, zu Otti-Berger sehr gerne noch was Größeres machen. Und deswegen habe ich mir ja auch eigentlich gewünscht, dass wir heute darüber sprechen. Das war nicht so. Das ist so. Das war nicht schön. Das war nicht schön. Das war nicht schön.